Powered by Unity Das ist sehr schön sogar Die Maussteuerung ist etwas übersensibel Egal, laufen wir einfach mal drauf los Sprinten kann ich nicht Hüppen kann ich dafür Das ist schnaffte Hübsch Aber worum handelt es sich hier Es ist ein Indie-Horrorspiel Wo man irgendwo drin ist Inside Inside was bloß? In Zeit einer Bösartigen Gemäuer Kacke Schauen wir uns in Ruhe um Hier kann man What the fuck Einer ist weg Aha Hm Seltsamer Effekt, ich habe es nämlich nicht gesehen Muss ich jetzt mal dazu sagen Kein Plan was die von mir wollen Umgestürzte Betten Geiler Scheiß Und was haben wir hier drin? Nur ein Karton Okay, nichts Nichts worüber man sich aufregen sollte Wie war das jetzt eigenartig? Kurios, kurios Ich lauf geradeaus Durch diesen Blutwasserfall Sexy Wer bist du denn? Oh Okay Ruffelkopter Lass mich bitte da hoch Wie, ich kann ja nicht hochlaufen Muss ich einfach hüpfen? Ich muss draufhüpfen, ja Super Und hüpfen Was ein verpacktes Spiel Und das mit der Unity Engine Da ist mehr drin Folge ich der Blutspur oder gehe ich da lang? Ich gehe da lang Da lang ist bestimmt schöner Da gibt es doch sicherlich Döner Im Karton Oder auch nicht Tralala Ja Du 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 Ah Wow Ja Ihr lasst mich durch Super, danke Dann gehe ich da lang Blut Das sieht aus wie ein Gesicht Wenn man von der Seite so guckt Da oben das Auge Dann die Nase Und hier unten das Kinn So diese Rundung da In der Mitte der Taschenlampe Hm Ein hübsches Blutgesicht Ja Du hast ein rotes Blutgesicht Verlier bloß Nicht das Gleichgewicht Blutgesicht 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 Ja Oh Guckt ihn euch an Guckt ihn euch an Der war ja süß ey Mr. Speckwanst 1000 Hier ist überall nichts Der scheißt sich voll zu unrecht in die Hose Hahahaha Das Vieh ist nicht mehr wirklich gruselig Das sieht voll süß aus Gucktöffelchen Hier ist auch nichts Okay Irgendwie kurios Was muss ich denn jetzt machen Ah es geht höher Ey mich macht das Geräusch meiner Tür Viel ängstlicher Moment ich guck mal kurz meine Tür grad an Die bewegt sich Nur wovon Ist hier Durchzug Im Wohnzimmer als Fenster offen Ja Aber dass sich deswegen die Tür bewegt Da müsste doch irgendwo Scheiß drauf Das Türknarzen auf jeden Fall Beziehungsweise wenn die Tür immer so ganz leicht Gegen äh den Türrahmen schlägt Das finde ich viel viel gar Ruseligerer Ah das macht mir Angst Sepuletis Chao hab Jumpscares Auf Du'm Was sind das überhaupt für komische Blutmenschen? Tür, hör auf! Oder ist das meine Waschmaschine? Die ist ja nämlich auch noch an. Die Kacke. Ist auch nichts. Hupp, hüpp, 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 hüpp. So. Äh. Jetzt stehen sie alle. Du bist geil. Willst du mir einfach dein Gemächt entgegendrücken? damit ich... Oh, guck mal. Wee! 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 Komm, tanzen, lass uns tanzen! So, komm, leg dich hin. Oh, schade. Moment, ich kann... Oh, guck mal, durch den Tisch, durch. Ist das geil, ey. Ist das geil, Leute. Blut an der Wand. Steht da was drin? D-I-M. D-I-M. D-I-M, ey. Ey, du bist voll D-I-M. Musst du besser Schule machen? D-I-M. Jetzt halt das schon wieder so ein Wohnzimmer. Hall. Hört man zwar nicht, aber egal. Mich nervt das auf jeden Fall. Wer Liebe lebt, wird unendlich sein. Oder so in der Art. Fragt mich nicht, warum ich das gerade im Schädel hab. Ich hab's einfach drin. Langweilig hier. Ich geh geradeaus weiter. Hier ist auch nicht... Hier ist auch nichts. Wow! Jumpscares. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Dü-dü-dü-lü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Einmal durch jede Etage. Blutschmier. Ich könnte doch einfach direkt hochgehen und dann wahrscheinlich das Spiel beenden. Oder aber ich hol mir einfach alle Jumpscares ab. Das mach ich doch mal jetzt. Guck mal hier. Alles voller Kanisters. Kanistasse. Kanistassanten. Kanisten. Die Messer von... Von Kanister ist auch Kanister, oder? Den Effekt hatten wir doch schon. Ist nicht mehr gruselig, Penner. Wofür hatten wir jetzt so eine Angst? Ist doch gar nichts. Das ist ein Spieß an der Wand. Moment, ich muss meine Maus reinigen. Die ist immer noch so verklebt. Ich brauche immer noch Klebepads. So eine Kacke. So, Moment. Wo, 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 wo? Wo lang? Da lang. Ha, ha, ha. Irgendwie ist das hier alles eigenartig. Hinterm Bett ist bestimmt irgendwann so ein komisches Vieh wieder. Sunshine after Saren. Da muss ich doch blähen. Irgendwie ist das hier alles total... Totaler Kack. Hi. Und er löst sich immer wieder auf, der kleine Speckjunge. Einfach wofür hast du denn so eine Angst, dass du so ein kleines Kind? Scheiß dir nicht ins Hemd, Junge. Ich gehe wieder zurück. Jetzt gehe ich mal da lang. Da war ich schon. Da waren die ganzen Kanister. Also gehe ich wieder hoch. Da, 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 da. Sonne, Mond und Sternskinds. Äh. Äh. Äh? Was soll das denn? Ich will da hoch. Lass mich, lass mich da hoch. Sonst haue ich dir eine rein. Dann habe ich wahrscheinlich noch nicht alles entdeckt. Vielleicht öffnet sich der Weg, wenn alle Jumpscares so triggermäßig. Meine Maus klebt immer noch. Mann, was ist denn da los? Mauspad reinigen. Äh. Äh. So, einmal die Maus komplett richtig schön putzen. So, Moment. Äh. Tanz, du Baby. Tanz, Tanz, Baby. Äh, so. Jetzt ist schön. Obwohl nachher auch nicht ganz. Ach, ich fick doch drauf. So, ein Scheiß. Da war ich drin. Da ist nichts mehr. Ich werde hier gleich zum Steppen den Bär. Dack, 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 dack. Zumindest macht er schon mal die Geräusche wie ein Steppender Bär hier. Schalack, 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 Schalack. So, einmal rein, raus. Oh, diese Geräusche von meiner Wohnung. Was? Die Geräusche von meiner Wohnung sind auch gruselig. Teilweise schon. Shan-Schein-Auftasche-Rehen Da-da-da-da-da Oh, yeah Everybody Yeah Rock your body Yeah Everybody Move your body, right Backstreet, back Alright Da-da-da-da Hier ist nicht los Die dumme Sau Er macht nur Wuff, er macht nur Wau Mein Hund ist tot, die dumme Sau Nee, mein Hund ist schwul, genau, sowas Er macht nicht Wuff, er macht nur Wau Kann ich mich auf den Stuhl setzen Mach ich da einfach mal Plupp Hocken kann ich nicht Ich glaub, hier passiert nichts mehr Ja, ich war in jeder Tür drin In jeder einzelnen Tür War ich schon mal Meine Maus fängt schon wieder an zu kleben Ich verstehe aber nicht, warum das so ist Warum diese Kackmaus dauernd am Mauspad festklebt Das hat sich doch vorher auch nicht Nur wegen so ein paar Klebepads ist das echt so gravierend Wenn die Pads da unten fehlen Kann doch nicht wahr sein Oder hab ich einfach nur so einen extra toxischen Schweiß, der die Maus immer anfrisst Zumindest das Plastik und das zum Schmelzen bringt Und das deswegen so festklebt Wie im heißen Sommer auf dem Teer Solitär Sieht ja total eigenartig aus Ich glaub, aber hier geht's nicht mehr weiter Lalalalalala Hier geht's nicht mehr weiter Deswegen geh ich runter Äquip einfach, was passiert denn dann? Huuuui Nichts Spannend War's das jetzt? Irgendwie kapier ich das Spiel nicht Das ergibt keinen Sinn Hab ich irgendwas übersehen? Muss ich vielleicht doch hier reingehen? Hallo Umdrehen, raus Ui Komm ich jetzt durch die Tür raus? Nö, komm ich nicht Hm Doch Das war's Der Wahnsinn Mann ey Das hat sich ja richtig gelohnt Ey Und ich hab schon was erwartet Ey Inside Das Haucherspektakel Mit Jumpscares Wow Wahnsinn Leute ey Ich lad's trotzdem auf Einfach weil's so cool war Nun gut Ich hab heute wieder ein paar nette Vorschläge von euch bekommen Dafür danke ich euch Ich werd Dann Einiges Davon Hoffentlich umsetzen können Ein, zwei auf jeden Fall Hab ich ja auch schon versprochen Wenn jemand das Video sieht Er fühlt sich Kann sich angesprochen fühlen Äh Ne Du weißt Was ich meine Du keine Sau Mua Lalalala Ja jedenfalls Hoffe ich euch Hoffe ich Hoffe ich Hoffe ich Dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat Ne Und wenn es euch kein Spaß gemacht hat Dann gebt dem Video einen Daumen nach unten Aber bitte mit Begründung Was ich falsch gemacht habe Ah ja Und wenn es euch Spaß gemacht hat Dann Könnt ihr mir in den Arsch kriechen Und mit 1000 Dollar schenken Jaha Auf mein Paypal Konto Also Auf bald Auf dann Auf Wiedersehen Liebe Leute Tschüss Tschüss Servus Tschüss T Vielen Dank.